Der mutmaßliche Doppelmörder von Stiwoll bleibt weiter verschwunden. Hunderte Beamte suchen in der Region um die steirische Gemeinde noch immer nach dem 66-Jährigen. Am Nachmittag wurde dann auch in Niederösterreich im Bezirk Amstetten eine Alarmfahndung ausgelöst. Der Verdächtige wurde dort vermutet, aber bisher nicht gefunden. Über 300 Beamte suchen in der Region um die steirische Gemeinde Stiwoll nach dem Verdächtigen. Die Schule und der Kindergarten im Ort bleiben bis auf weiteres geschlossen. Das öffentliche Leben steht praktisch still. Man sieht ja, dass alles leer ist. Darum kann ich, darum ziehe ich fast nicht aus. Ich hatte mich. Also wir sind nicht auf den Stift rein, aber irgendwie komisch ist es schon. Die Polizei durchsucht die umliegenden Wälder, führt aber auch Hausdurchsuchungen in der Region durch. Selbstverständlich werden alle Eventualitäten in Erwägung gezogen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter vom unmittelbaren Vorfallsort sich entfernt hat. Am Nachmittag verlagert sich die Aufmerksamkeit vorübergehend nach Niederösterreich. Nahe Amstetten soll der Mann von mehreren Passanten gesehen worden sein. Doch gefunden wurde er auch hier nicht. In der Nacht wird die Suche sowohl in Stiwoll als auch im Bezirk Amstetten fortgesetzt.